Hallo und willkommen zum 16. Türchen Video. Ich werde es jetzt auch wieder gleich aufmachen und für euch zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar war da heute Anikids Podracer drin. Der ist relativ einfach gebaut und ich finde es auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so cool. Da finde ich die anderen Dinge auf jeden Fall cooler, aber es ist trotzdem nice, dass er dabei ist. Und ja, das war es auch schon. Ganz kurz am Teasern Freitag. Am Freitags Adventsvideo wird ein bisschen länger, weil da mache ich noch eine Ankündigung für den diesjährigen Weihnachtsstream, wann der kommt und was wir so ungefähr machen. Bis dahin, ciao.